ah schade schade schokolade so wir sind wieder weg also ich bin eh auf ja genau ich hab echt gedacht das werden exklusiv besser ich hab gedacht die werden so schlau solche haben die zwei uns ganz schön abgezogen ja gut aber auch echt mit ein paar schüssen haben die unser komplettes schiff hast ja vor allem die haben immer uns getroffen ja die haben wir auch echt nur drei oder vier mal dann war unser mast weg unser alles weg und ich schießt wir schießen da die ganze zeit auf deren also ich versuche immer die ganze zeit auf deren naja unterseite vom schiff zu schließen dass die löcher kriegen dann wo wenn ich mein schiff treff das ist jetzt blöd genau das gute ist ich bin mit vollen taschen gestorben ich habe drei spezialkugeln zehn kugeln fünf bretter jawollo wie wärs wenn wir einfach einfach los segeln und dann einfach irgendwann mal anhalten und uns aber was aus dem meer fischen ja machen wir doch dann also nichts von hier oder nee dann erleben wir mehr weil bis wir die ja alles durchgesucht haben dann ist wieder kurz vor knapp ok ich mache schon mal den anker hoch ich lege nur noch meine sachen ab thomas bist du da ja 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 ich bin da muss ich will nur wieder das sniper gewehr haben wir fahren dann noch mal hin und jetzt machen wir richtig krachen aber wir sehen doch den totenkopf gar nicht mehr ja das ist leider wahr nee warte mal der totenkopf ist nee das ist ein gewitter vor uns geht das ist ein gewitter ja wer lenken möchte der da der sollte gehen lenken dann denke ich hab kein führerschein ja der totenkopf ist gerade ähm ja da hinten ist er ja aber ist das der gleiche das werden wir gleich erfahren oder gibt es nur noch einen weiß ich nicht weiß ich auch nicht je nachdem wie wir das behandeln ja so ein schreckschuss schnappt ihr mehr als nur ein schreckschuss schnappt ihr ihre vorräte was bedeutet das was ist für eine kugel schließt ihr rechts wird doch erklärt was es ist oder rechts wird doch erklärt was es ist bei der kugel immer jaja das steht nur drauf mehr als nur ein schreckschuss schnappt ihr ihre vorräte vielleicht ist es auch so ein lähm zauber das kann sein mit der wolke sieht ihr so als er der totenkopf irgendwie hat ziemlich geile frise der ist voll erhiebsstarr ich hab halt auch noch nie äh noch nicht einen gegner von diesen zwei leuten da gewinnen die da anscheinend sind doch doch ich hab auf dem schiff mit ihnen gekämpft das könnte auch echt ein anderer droppenschädel sein da brennt es aber schon ganz schön gerade dass sie mich bei meiner selbstmordaktion gesehen haben ja ist echt so da kam die karte Thomas ah das war ja schon kurz davor links sind Möwen da ist ein Wrack oh wollen wir da anhalten oder wollen wir aber weiter ja los anhalten jawoll 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 steuern voll hin oha oh yeah hm bisschen weit weg oder los geht hä wo sind denn da Nico geh gucken ich bin dabei das Wrack der Faul El El ooooh der Faul El der Faul El au hi boah was schießt der schon wieder auf uns ich was ach so ja natürlich verschießt unsere wörtvollen Kugeln der oh oh ich bin einfach nur einfach nur warum geht der da nicht raus man ich hab Bananen gefunden ihr könnt unter Wasser also unten rein schwimmen ja wenn die da sein ja das ja vor allem man kann eigentlich ja raus oder was was ja jetzt da oh ich hab eine kleine kiste gefunden mit exotischer Seite hä ok in den Fässern ist nichts drin alles klar doch hier unten ganz unten sind jetzt hab ich halt schon zehn Kugeln im Winkel aus unten sind relativ viele Kugeln also wirklich in der untersten Ebene toll ich hab zehn Kugeln dabei ja hab ich auch gar gemerkt jetzt haben wir uns alle ausgerüstet ne und ihr könnt da nochmal einen Zwischenstopp beim Tauchen machen ja eine Klappenstelle wo man auftauchen kann genau im Wrack ähm 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 ach da ja ich bin jetzt troll ich bring mein Sachen rüber ja ich hab ähm eine Kiste sehr gut du 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 so so ich bin da ich bin voll fest da ähm geht ihr nochmal rüber ja naja der Nico ja ich bin jetzt ähm einmal noch jeder ja Moment ich muss das oh da hab ich doch was es müsste eine Sprinten-Taste geben Chips doch Chips doch Chips aha ok das ist natürlich ist nicht ein Herr ich bug grad im gegnerischen ne ich bin grad gewundert ich bug voll in dem anderen Schiff dann wo geht's denn da aus? also in dem Schiff ne ui ich wollt grad sagen unter Wasser? oh ja unter Wasser schon gut drauf ich hab'n leuchtenden Schädel gefunden jawollo abgeben nur mehr nur mehr ein ehrloser Totenkopfschädel ich hab'n noch zwei munitionen dinger gefunden ja zwei kugeln da zwei munitionsdinger zwei runde zwei runde zwei runde da sind auch noch kugeln drin jawollo oh ich hab'n noch ganz viel Essen gefunden oh ja wir haben hier unten ziemlich viele Vorräte ne den Totenkopfschädel lege ich einfach mal dahinten ehrloser ehrloser kopfgeldschiedel wo heißt er ganz genau ehrloser? mhm sehr gut ja jetzt hat er sich nicht heiß tot ich hab'n getötet ja so sollen wir langsam mal weiterfahren? jawollo ich bin gleich an Bord mummeln dann licht ich schon mal den Anker etz Allah etz Allah oh jetzt ist der Totenkopf weg oder? ne der ist unten achso der Totenkopf der isch nicht des da der ist genau hinter uns hinter uns hinter uns wo siehst du da den Totenkopf da durch? äh hinter den Wolken äh zwischen den Wolken ok 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 ich seh das nicht ich auch nicht ich guck noch mal äh der ist echt weg? hä? äh äh ich glaub der ist im Umwetter aber da ist ein Schiff Leute seht ihr den nicht? da vorne da ah jetzt hab ich ich seh halt was leuchten ja ach da ist er jetzt er da hinten da ist ein Schiff links von uns moin und mit weißen Segern ja ja ihr Ficker ja die schießen auf uns ok das ist die East India Trading Company wow der war hart ist da? oh oh ne ihr Fixer wir holen die uns retten aber nicht also wir ignorieren die nicht nein ok dann lasst uns gemeinsam sterben also ich bin jetzt glaub mal so richtig chillig auf Totenkopf jagen ok mir muss einer sagen wenn da vorne was kommt ich seh's nicht nicht oh die verfolgen uns ja wir sollten mal den Segel linken einstellen also Entschuldigung ich muss grad Munition Nico hast's gemacht ne ne ich bin dabei der Nico der isch'n guter ist drin ja eigentlich ich lad die Kanonen mal nach verfolgen die uns noch? nö nö ah ok auf die geben m ich sehe halt relativ wenig vorne also falls wir jetzt irgendwo gleich rein fahren äh fahr mal bissl nach äh ähm ähm bissl mehr nach Südwesten ja wobei wir kommen sogar durch boah ich mach dir ein Sichtfenster na ja lieber Vollgas da müssen wir eigentlich aber auch vollgas da vorne kommt noch ein Frack mit Möfen Bisschen mehr nach Südosten! Mal richtig fett Süden rein knallen! Perfekto! Ja stell du dich noch genau so vor mich, dass ich noch gar nichts sehe! Nico? Jetzt siehst du nichts mehr! Ja doch jetzt schon, aber gerade eben irgendwie in mir drin gestanden habe ich nicht mehr den Kompass gesehen. Uh, in mir drin gestanden! Mach keine Angst! Ah, jetzt kommt Musik! Also ich sehe gar nichts, wenn du jetzt irgendwie was kommt, gell? Ich auch nicht! Oh, da ist jemand zorn! Tor! Bisschen südwestlich! Um genau zu sein... Ich weiß... Ich sehe nichts, weil der Nico auch nicht draufsteht! Alles gut, alles gut! Und Stop! Ist gut! Ganz weiterfahren! Ich hab' das draufgestellt! Ja! Ich hab' das angefangen... Ich hab' das jetzt noch nie zu machen! Ich hab' das auf estababecken... Wir haben auch langsam Wasser drinnen, aber hey, wir sind ja untergegen gewöhnt. Ich merke auch gerade nicht so wirklich, ich weiß nicht, wo ich hinten muss, da muss ich nur noch einer sagen. Ja, wir sind auf einem guten Weg. Ja, alles gut, alles gut. Ich mache mal nur ein bisschen südwestlich. Ich muss gerade hart dagegen arbeiten, dass er überhaupt irgendwas macht. Wir müssen weiter südwestlich noch. Was war das? Thomas, weiter südwestlich? Ja, ja. Es dreht sich alles. Hallo. Ich komme mich ums Wasser. Hui. Hui, ui, ui. Was ist hier los? Oh Gott. Hilfe, ich komme nicht runter. Was macht er? Ich bin nicht betrunken. ach jetzt er hat gesoffen na stimmt gar nicht da ist auch wieder ein schiff vorankern ja dann ist es genau das gleiche was wir da schon mal besucht haben nico ich bin so betrunken ich kann den rumpf nicht rechnen ich kann wirklich das rumpfen ich sehe ja gar nicht alles machen wir einfach mal vollgas in den schiff rein oh das wäre sexy weil yolo weil yolo dreht mal das segel so hin dass ich voll aufstehen kann aber ich sehe denn nichts steuers gehen auch darauf zu was ganz anderes ich mache das loch zu ich habe den gegner getötet im übrigen ich habe nämlich voll die kanone auf die ich auch nicht wir waren sowas von genau daneben voll rein gefeuert ja das haben einer hat überlebt unserem schiff geht es wieder besser doch einfach hat er gerade gesagt ja ich bin ich gehört ne 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 oh oh der kann doch treffen ich sehe halt mal wieder oh hier ist ne so ne schildere noch oh ja hier war das mit chillen ist vorbei das ist jetzt vorbei der hallo soll mir nochmal kommen hier also Männer ich würde sagen ich mache jetzt vollgas in sie rein im Schiff aber bitte mit Sahne ich will einfach dass ihre Schätze die sie ja schon aufgeladen haben jetzt versenkt werden und wisst ihr was das allerlustigste ist ich habe ne Giftkugel das heißt wie viel gifte die ersten mal ich fahr aber gerade aus im Geschiff ich habe ne Giftkugel ich sehe nicht wo die Felsen sind oh mein Gott alle dude äh äh du fährst voll dran vorbei ja ich weiß ich dreh grad hoch Norden Norden die sind im Norden echt ich dreh ich dreh nicht zu spät immer fuck off drück uns oh wo fahren wir hin ich glaub wir packen die Furfe nicht mehr ahhhh das schaffen wir niemals oder haben sie von der anderen Seite Thomas alles gut ja ich bin ich mach noch ein bisschen das Segel höher damit du besser manipulieren kannst ich hab nämlich grad Angst um uns brauchen aber ohne Geschwindigkeit die holen wir dann wenn du auf Kurs bist Miko ja guter Schuss da hockt nämlich der Skelett Druck ok Thomas siehst du die ich muss erst zielen Miko stell dich hinten an stell dich hinten an die an die an die Segel und dann knallen wir die runter wenn es soweit ist also mein Plan ist jetzt frontal in deren Hintern rein rammeln 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 ah ihr müsst jetzt nur vollgeist gehen ja aber der Wind ist nicht gut das passt schon wirklich schocken das jetzt vollgeist jetzt vollgeist schon oh nein 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 warte ich muss auch jetzt hin ok hey der winkt uns rammeln ah der Typ fest ist zu üb mit nem Fass spricht runter komo alles gut ey Niko halt ihn von mir fern Niko halt ihn von mir fern wo warst du denn ich schieß auf die ich wollt gerade das Schiff noch retten weil das Schiff geht noch ich hab nicht gewusst was da raus ist der hat er gewartet der Zigeuner alter wenn wir jetzt schon wieder untergegangen sind der auf deren Schiff hallo könnt ihr unser Schiff mal retten nö ne ah da ist der Niko hey hi oh deren Schiff ist aber auch schon ganz schön dauer ja den ihr ihr Mast ist am Arsch mal schauen wo wir spawnen Niko hey warum rann die uns denn überhaupt kann man im Spiel auch chatten ich weiß nicht wie ja ja mit T unser Schiff ist untergegangen gell aber wir spielen erst seit 2 Tagen die haben keine Ahnung wir wollen nur kämpfen wir wollen dass ihr sterbt wir sind Piraten ne gar nicht ach man kann die auch blocken ja mit rechtsklick ah ok ok unser Schiff ist untergegangen nicht wahr Thomas unser Schiff ist untergegangen geh ich mal von aus die Schweinebacke hat uns erwischt wir hätten das ohne Probleme retten können ganz ehrlich ganz ehrlich ich bin runter gesprungen als der Typ mit seinem Fass dabei und es drauf war ja gut er hätte dich fast mitgenommen ah ich muss aber auch sagen habt ihr gesehen wie das Schiff von denen aussieht vergoldete Kanonen alles Silber echt oder und hatten irgendwelche super krassen äh Mäntel an also so also glaub die die hatten Bock also die spielen das glaub ich auch schon relativ lang ja das würd ich auch sagen mit einem das ist die haben das ist nicht die sehr Untertitelung des ZDF, 2020